Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite. Wir wollen ja hier weitermachen. Oh ja, 23.000, ich bin fast dann auf Level 40. Nice, dafür dass ich zwei Wochen spiele. Nice, nice. Was haben wir noch an Aufgaben? Tägliche Kopfschüsse, muss ich noch eh erzielen. Öffne Truhen, der hat das nicht. Sammle Waffen, Luftschiff über Deadly Buggle. Wo ist ein Deadly Buggle? Nein, bleib mal hier. Ja, nö. Äh, äh. Nö, nö, nö. Da müssen wir hin. Geräte Verbindung. Mach mal. Dann noch erstmal einen Schluck Kaffee jetzt hier. Mh. Kaffee am Frühmorgen vertreibt Kummer und Sorgen. Süchen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich das Steam-Layout für Fortnite drinnen lassen soll. Oder ob ich das rausnehmen soll. Guck mal, Einhorn. Ja, ne, du machst Musik. Geh mal weg. Ich bin ein Einhorn. Was hat denn der da hinten drauf? Oh, schade. So, wo müssen wir hin? Oh, passt ja. Passt ja, passt ja, passt ja, passt ja. Ähm, tägliche Aufgabe war doch was mit einem... Ach so, ne, okay. Okay, hat sich das erledigt. Äh, bedankt hab ich mich. Nice, dann raus hier. Äh, was ist denn das da? Das ist dort, wir fliegen dort dahin. Oder hier unten? Ich weiß es nicht. Aber hier sind ganz viele, äh, Bots und die machen Aua. Ich flieg hier hoch. So, hab's schon gesehen. Ich weiß, wie gern du Panzer zerstörst, aber anscheinend braucht der Wissenschaft für seine Forschung einen im Ganzen. Feindliche Panzer sicherzustellen ist so leicht, wie es klingt. Da muss ich gleich an dich denken. Ja, nö. War ein Panzer zu einer der markierten Basen auf deiner Karte. Oder stirbt beim Versuch. Ja, das kam vom Fundament. Und ich bin nicht sicher, ob es ein Scherz war. Hehe. Also, viel Glück. Was? Ich soll ein Panzer klauen? Alter, ich hab hier nur ne graue Knabe. Ernsthaft? Okay, das mit dem Panzer klauen bin ich ganz ehrlich. Ähm. Das werde ich dann im Duo oder Team mit meinen Kindern und Darko eventuell machen. Weil alleine krieg ich das nicht hin. Es tut mir leid. Das ist mir, äh, zu viel. Oh, ist er schon weg. Was ist denn das für einer? Mal gucken. Ah. Okay. Okay. Cool. Trotzdem hab ich nur so ne hessischen Waffen. Wo ist denn eigentlich so ne... Ach da. Wow. Ja, nö. Wie soll ich denn da ein Panzer hinkriegen? Bitteschön. Weil die Zone ist am Arsch der Welt. Da oben auf dem Haus pümmelt einer rum. Der ist jetzt da rüber gekommen. Äh, äh. Nein. Oha. Oha. Da haben wir was lilanes. Ja, nö. Boah. Wrooo. Lecko mio! Ah, der Panzer wird schon besetzt hier. Das hört man doch. Okay, die Panzeraufgabe mache ich dann eventuell mit meinen Kindern. Nö, nicht mit mir. Danke. Ja, nö, bleibt mal bitte zu. Oh, ich hätte gerne noch eine Schrotze. Aber eine richtige. Nicht sowas da, sondern so eine richtige Shotgun. Scheiße. Den kriege ich leider nicht gesnackt. Oh, ich muss da rüber. Nee, also wie gesagt, Panzeraufgabe mache ich nicht. Denn das wird einfach nichts. Alleine. Also ich kriege es für mich persönlich alleine nicht hin. Und der Panzer ist da schon den Schlag genommen. War ja irgendwie klar. War ja. Hey, 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 hey. Das muss man versuchen hier hochzuschießen. Okay. Mhm. Nee, das ist da hinten. Nee, ist keiner. Da rennt auch keiner rum. Zone kommt. Okay. Nein. So. 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 Die ist ja ein ganzes Stück entfernt jetzt. Ich wollte mir eigentlich einen Vogelsnacken. Okay, da hinten wird geschossene. Bleibt aber stehen jetzt hier. Meine Güte. Bitte. 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 Ich müsste eigentlich da ins Haus rein. Ich bin. 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 Okay. Was? Ach, ich hab aufgehört zu trinken. Scheiße. Wo war der? Ich werde eh nicht gewinnen. Ich hab keine Schrotze. Guck mal, was war das? Okay. Der hat hier oben im Gebüschrum gepümmelt, der Hund. Okay. Das Leben mit mir noch vier. Okay. Ich werde jetzt eh ablosen, weil von irgendwo werde ich gesnackt. Ena versteckt sich wieder und wartet auf seine Chance. Okay. Okay. Epischen. Nice. Holy shit, war ich gerade angespannt. Was soll ich dazu sagen? Zurück zur Lobby. Huh. Geil. Und der hatte ein goldenes Sniper. Aber der hat halt auf mich jetzt wirklich schön gewartet. Nichtsdestotrotz. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Bleibt entspannt. Genießt den Tag und bye bye.